Ja, hallo zusammen. Ich bin jetzt gerade wieder hier im Wahlkreis unterwegs. Ich bin heute in Rutesheim und ich bin hier im Kompetenzzentrum der Stuckateure. Und ich habe heute ganz viel vom Herrn Dr. Falk und vom Herrn Arnold gelernt, wie auch im Stuckateursbereich das Thema Digitalisierung ganz oben angesiedelt ist. Und man sieht hier schon, es gibt wasserdichte Pads, wo man dann auch seine Arbeitsprozesse dokumentieren kann. Und ich glaube, genau das ist auch die Zukunft im Handwerk. Und ich glaube, da müssen wir auch weiter im Dialog bleiben, weil die Zukunft auch unserer Branche im Handwerk ist eben auch digital. Und warum habt ihr denn alle den Beruf der Stuckateur angefangen, Arjen? Eigentlich hat es mir Spaß gemacht und deswegen habe ich gewählt. Stuckateurberuf. Sehr gut. Also, unheimlich spannend hier. Ich war jetzt zum ersten Mal hier und ich glaube, ich werde nicht das letzte Mal da sein. Herr Dr. Falk und Herr Arnold und Herr Wittner. Wir kommen bald wieder und Herr Fiberle. Ja, alle da. Also, hier im Kompetenzzentrum der Stuckateure. Bis bald, euer Marc Berlatz. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.